Welche drei Adjektive beschreiben für Sie am besten die Elsässer Weine? Komplex, tiefgründig, spannend. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihren ersten Kontakt mit Elsässer Weinen? Das ist sehr interessant, weil ich bereits seit elf Jahren immer wieder ins Elsass fahre. Und ich muss sagen, mein erstes Weingut, was ich damals besucht habe, war zum Beispiel Martin Becker, also das Weingut Becker. Und ich halte den Kontakt bis heute und ich muss sagen, ich besuche ja auch immer die Winzer hier im Elsass und es ist immer eine große Freude. Ich muss sagen, für mich war der Besuch im Elsass immer essentiell und wichtig, also gerade für die ProWein. Ich moderiere seit über zehn Jahren auf der ProWein und ich brauche einen persönlichen Kontakt, ich brauche einen persönlichen Bezug zu dem Winzer. Ich muss das Weingut gesehen haben, ich muss einmal durch die Reben gelaufen sein, ich muss die Weine vor Ort verkosten können. Ich muss eine Emotion, eine Verbindung aufbauen können zum Elsass. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen in den letzten Jahren. Und das hat eben angefangen vor über zehn Jahren und ich habe immer noch sehr große Freude, hierher zu kommen und genieße jeden Tag, wenn ich hier bin im Elsass. Und welche drei Orte der Weinregion mögen Sie besonders? Also gibt es Terroirs oder Dörfer, die Ihnen besonders am Herzen liegen? Da fällt mir jetzt schwer, mich einzugrenzen, muss ich gestehen. Ich habe so tolle Erlebnisse gehabt. Also letztes Jahr, vor zwei Jahren waren wir zum Beispiel im Rangen, also diesen südlichsten Grand Cru zu erleben, dieses Vulkangestein wirklich zu sehen und dann eben auch die Weine dort zu verkosten. Das war für mich zum Beispiel ein Highlight. Aber es gab so viele Erlebnisse zwischendrin auch, Weingutsbesuche, Terroir erleben, Terroir erschmecken und eben auch sehr sympathische Winzer kennenzulernen. Deswegen fällt es mir einfach schwer zu sagen, ich möchte mich auf einen einzelnen Winzer oder eine einzelne Begegnung beschränken. Also es ist einfach die Vielzahl von Erlebnissen, die ich genieße und die mir sehr viel Freude bereitet haben die letzten Jahre. Was unterscheidet Ihrer Meinung nach die Elsässer Rieslinge von den Rieslingen aus dem Rest der Welt? Sehr interessant die Frage, weil ich war zum Beispiel Anfang des Jahres in Neuseeland, die ja auch durchaus Riesling produzieren. Ich komme selber aus einer Weinbauregion aus Deutschland, die bekannt ist für ihre Rieslinge. Und es sind wirklich durchaus große Unterschiede festzustellen zwischen den deutschen Rieslingen, den neuseelandischen Rieslingen, den australischen Rieslingen und den Elsässer Rieslingen. Alle Rieslinge haben ihren eigenen Charakter, ihre eigene Identität, ihren eigenen Ausdruck. Und was mich halt besonders fasziniert ist beim Elsass, dass die Weine perfekt reifen und dass die Elsässer eben auch warten. Also dass sie sagen, sie bringen die Weine nicht gleich auf den Markt, sondern sie haben etwas Geduld, dass man hier ältere Jahrgänge verkosten kann. Das finde ich sehr faszinierend. Und es sind einfach auch Weine, die dem Essen dienen. Wir werden jetzt gleich eine Masterclass haben mit Riesling zum Beispiel, auch mit reiferem Riesling aus dem Elsass. Und es ist wirklich faszinierend, wie gerade der Elsässer Riesling sich eben mit Speisen kombinieren lässt. Und wirklich ist eine Hochburg des Genuss Elsässer Riesling in Kombination mit Speisen, verschiedenen Speisen aller Art. Und ja, das ist für mich wirklich ein großes Faszinosum und ist das, was mich jedes Mal wieder erfreut. Und welchen Elsässer Wein haben Sie grundsätzlich in Ihrem Weinkeller? Da ich ein großer Riesling-Fan bin, habe ich natürlich auch Elsässer Rieslinge in meinem Keller. Aber ich schätze natürlich auch die Vielfalt und die Bandbreite. Das heißt, ich bin nicht nur offen für Riesling, ich schätze genauso auch den Pinot Gris, den wunderbaren Gewürztraminer. Die Gewürztraminer ist einfach die Rebsorte, die hier par excellence hergestellt wird im Elsass. Ja, was die duftigen Geschichten angeht, auch ein toller Muscat, mal als Aperitif. Nicht zu vernachlässigen, das Spitzenprodukt vom Elsass, was ja sich großer Beliebtheit in Deutschland erfreut, der Cremant, also der Schaumwein. Und nach wie vor finde ich auch, dass in den letzten Jahren sich unwahrscheinlich viel getan hat, was den Pinot Nord angeht. Also Pinot Nord, Spätburgunder ist für mich sowieso eine Rebsorte, die ich sehr liebe. Und ich finde, da hat sich wirklich viel getan in den letzten Jahren. Die Pinot Nord lassen sich messen mit den Spitzenspätburgundern aus Deutschland, sie lassen sich messen mit Burgund. Und ich glaube, dass wir die nächsten Jahre da noch eine Entwicklung erleben werden, die sich gewaschen hat. Und da wird sich noch sehr viel tun, was den Pinot Nord angeht. Und darauf freue ich mich auch. Ja, ihr letztes Wein-Highlight aus dem Elsass, was war das? Vielleicht ganz frisch hier von der Milli-Sieben-Alsass? Mein letztes Highlight hier war die Masterclass mit Oliver Pölz, weil ich moderiere dieselbe Masterclass um 16 Uhr. Und wir hatten fünf verschiedene Rieslinge, unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Erzeuger, unterschiedlicher Jahrgänge. Und wir haben die mit fünf verschiedenen Speisen kombiniert. Und es war jedes Mal ein Highlight, wie diese Rieslinge gewonnen haben in der Kombination mit der Speise. Also, wie ich mir das als Sommelier wünsche, das heißt, eins und eins macht drei und nicht nur zwei. Das heißt, der Wein ist klasse, die Speise dazu war klasse und in der Kombination hat beides gewonnen. Und das war für mich persönlich ein großes Highlight. Und ich darf ja selber um 16 Uhr das auch moderieren. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und ich glaube, das wird für den einen oder anderen noch so einen Überraschungseffekt geben, wie toll Elsasser Riesling sich eben in der Gastronomie einsetzen lässt, wie toll Elsasser Riesling sich mit Speisen kombinieren lässt. Und da freue ich mich drauf. Und ich glaube, das war eins meiner Highlights bisher. So, jetzt kommt noch etwas Schwieriges. Würden Sie bitte den folgenden elsässischen Satz wiederholen? Und da ich ja jetzt auch nicht aus dem Elsass komme, lasse ich dir das vorlesen. Hier unten. Ihr bent froh en colme, so c'est, c'est fährt, das... Oh mein Gott. Das Salon Mille Sieben Alsace. Auf Deutsch ist das, glaube ich, wesentlich einfacher. Ich bin froh, in Colmar auf der Messe Mille Sieben Alsace zu sein. Dankeschön. Das war's für mich. Ich mag sie. Das war's für mich. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. .